Das Mädchen ist im Schwimmbad. Das Mädchen liegt im Bett. Der Junge ist beim Zahnarzt. Der Junge ist im Auto. Der Junge ist im Auto. Der Junge ist im Badezimmer. Der Junge ist im Park. Der Junge ist im Park. Der Junge ist in seinem Zimmer. Der Junge ist in seinem Zimmer. Der Junge ist in seinem Boot. Der Junge ist im Auto. Der Junge ist im Boot. Der Junge ist im Boot. Der Junge ist im Boot. Der Junge ist im Auto. Der Junge ist im Auto. Der Junge ist im Krankenhaus. Der Junge ist im Krankenhaus. Der Junge ist im Supermarkt. Der Junge ist im Auto. Der Junge ist im Auto. Der Junge ist im Supermarkt. Der Junge ist im Auto. Der Junge ist im Rad. Der Junge ist im Auto. Die Leute sind im Auto. Die Leute sind in einem Theater. Die Menschen sind auf dem Baseballspiel. Die Menschen sind im Aquarium. Die Menschen sind im Aquarium. Sie sind in der Schule. Sie sind in der Schule. Sie sind in der Schule. Das Abendessen ist auf dem Tisch. Das Abendessen ist auf dem Tisch. Das Baby ist auf dem Tisch. Das Baby ist auf dem Tisch. Das Geld ist im Portemonnaie. Das Geld ist im Portemonnaie. Das Handtuch ist auf dem Boden. Das Handtuch ist auf dem Boden. Das Kaninchen ist in dem Hut. Das Kaninchen ist in dem Hut. Das Kaninchen ist in dem Hut. Das Mädchen ist auf einem Fahrrad. Das Mädchen ist auf einem Fahrrad. Das Mädchen ist auf einem Fahrrad. Der Hahn ist auf dem Dach. Der Hahn ist auf dem Dach. Der Hahn ist auf dem Dach. Der Hund ist auf einem Stuhl. Der Hund ist auf einem Stuhl. Der Hund ist auf einer Bank. Der Hund ist auf einer Bank. Der Junge ist auf der Decke. 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 Der Vogel ist auf einem Zweig. Die Bilder sind an der Wand. Die Bücher sind auf dem Regal. Die Decke liegt auf dem Baby. Die Frau ist auf dem Steg. Die Frau ist auf dem Steg. Die Frauen sind auf einem Motorroller. Die Frauen sind auf einem Motorroller. Die Frauen sind auf einem Motorroller. Die Jungen sind auf dem Bett. Die Jungen sind auf dem Bett. Die Jungen sind auf dem Bett. Die Jungen sind auf dem Steg. Die Jungen sind auf dem Steg. Die Jungen sind auf dem Steg. Die Jungen sind auf dem Bett. Die Jungen sind auf dem Bett.